Neues Haus. Ich muss farmen. Da machen wir mit Auszug und alles komplett. Wird das die Klingel so... Ey, ganz kurz, kann ich den Penner jetzt mal bei mir rauslassen? Nein, was mit dir? Wir müssen den Penner, was mit dir? Ey, ich küss eure Ohr irgendeine... Isa, was machst du denn? Kannst du mir nicht sagen, geh zur Seite? Warum sagst du, dass er Penner ist? Weil der hier haust, ohne zu leben, oder dass ich ihn kenne. Ich bin sauer. Warte, okay. Ja, natürlich bin ich sauer, wenn ich seit vier Tagen keinen Zugriff auf meine eigenen vier Wänden habe. Und dann irgendein Obdachloser pennt. Ja, lass, ich bring den heute raus. Ich pack ihn in ein Boot und dann... Ja, ist okay. Ich teile keine Miete und ich soll Obdach geben. Ich hab keine Sorge, Willi. Ich komfortiere, okay? Ich verlass mich auf dein Wort. High five? Wie bitte? High five? High five? Ja, high five. Ach nein, ich hab in die Kamera gezeigt. Doch nicht im Spiel, Isa, bitte. Ja, das ist nicht vermarkbar langsam. Oh jei. Da musst du nicht, da musst du raus. Jetzt musst du auch gleich falsch zurückmachen. Nee, will ich nicht. Hallo, ich feier ihn. Ja, perfekt. Natürlich. Nee, relay Hij ich raus. Ja, ich었다. country. Punkt. 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 Bis zum nächsten Mal.